Kinder, Zeit für die Kino-Tagesstätte! Film ab! Wenn dir nichts Gutes für den Einstieg einfällt, dann bediene dich eines Zitats. Na ja, dann schauen wir doch mal. Google.de Anführungszeichen, James Cameron ist Abführungszeichen. Was haben wir denn hier? James Cameron ist ein Mann, der aus seinen Fehlern lernt. James Cameron ist ein Forscher und Abenteurer. Vom Meer fasziniert. James Cameron ist heute sanfter, bereits 68 Jahre alt. James Cameron ist Rolex Markenbotschafter. James Cameron ist zweifellos ein Regisseur, der sich nicht um klassische Hollywood-Konventionen schert. James Cameron ist für seinen Perfektionismus bekannt. Ist davon überzeugt, dass es das Beste für die Umwelt ist, wenn man aufhört, Tiere zu essen. James Cameron ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Regisseure der Welt. Interessant. Marius, wollen wir mal über den guten Mann sprechen? Joa, okay. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 90 der Kino-Tagesstätte und der ersten von zwei Folgen über den Mann, der derzeit in aller Munde ist, weil nach 13 Jahren endlich, endlich der Nachfolger zum erfolgreichsten Film aller Zeiten erscheint, Avatar The Way of Water. Aber keine Angst, wir haben Avatar 2 zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht gesehen, werden auch erst in der kommenden Woche über ihn sprechen. Bis dahin gibt es aber noch andere Dinge, über die wir schnacken können. Und dabei zur Seite steht mir, ihr habt ihn schon gehört, der frischgebackene Filmstudent Marius. Hallo. Hallöchen. Tag, Tag. Hi. Marius, wie geht es dir heute? Hast du Lust, über James Cameron zu sprechen? Ja, alles wunderbar. Ich habe hier meinen Kaffee, draußen schneit es etwas, ich bin im vorweihnachtlicher Stimmung und ich habe sehr viel James Cameron die letzte Woche geschaut. Beste Voraussetzung. Ja, sehr viel James Cameron ist so ein bisschen die Frage, was man unter sehr viel versteht. Sehr viele Filme hat der Mann ja nicht, dafür sind es sehr lange Filme. Absolut, ich glaube der einzige unter zwei Stunden, ne, es gibt zwei unter zwei Stunden, ja. Aber der Mann mag es ausufernd zu erzählen, sagen wir es mal so. Genau, genau. Es ist auf jeden Fall ein Regisseur, ein Filmmacher, der für exorbitante, extravagante, ne extravagant nicht, aber exorbitante Geschichten auf jeden Fall bekannt ist. Die er sehr ausschmückt, die er sehr auffällig inszeniert, sehr aufwendig inszeniert und dabei auch sehr viel technische Finesse an den Tag legt und sehr viel technisches Nach-Vorne-Kommen anstrebt. Ich habe dir jetzt irgendwo in einem anderen Podcast gehört, die haben ihn als Stanley Kubrick des Blockbusters bezeichnet, weil er so ein Perfektionist am Set sei. Wir werden mal schauen, ob wir das zumindest an seinen Filmen ableiten können, über die wir jetzt in diesen beiden nächsten Folgen sprechen. Aktuell ist der Plan, dass wir mal mit seinen ersten vier, vielleicht auch fünf Filmen starten und dann nächste Woche wollen wir den Rest abhandeln, inklusive Avatar 2, den wir bis dahin gesehen haben werden. Und wir werden, glaube ich, bei jedem Film nicht großartig auf Spoiler achten. Wir werden jetzt aber, ja doch, man muss wahrscheinlich öfter mal über das Ende sprechen, wie es ausgeht, aber die Filme dieses Mal sind ja hinlänglich bekannt. Zumindest die allermeisten gelten auch als Klassiker und dürften von sehr vielen Menschen gesehen worden sein. Ja, genau. Also wir machen quasi eine Werkshow zu James Cameron und da, glaube ich, ist es ganz normal, dass man auch über Enden vom Film redet oder diese Filme vollumfänglich versucht zu besprechen in relativ kurzer Zeit, um quasi einen Eindruck zu gewinnen, wie wir es ja auch schon bei Tarantino gemacht haben oder bei Nolan, um quasi einen Eindruck zu gewinnen, wofür der Regisseur steht, ja, was so seine Art ist, von Filmen zu machen und vielleicht auch, um den unfassbaren Erfolg irgendwie begreiflich zu machen, die dieser Regisseur hat, weil er hat einfach mal zwei der drei erfolgreichsten Filmen aller Zeiten gedreht. Und auch bevor diese Zeit kam, hat er auch schon extrem teure Filme gedreht. Also was der Mann wahrscheinlich hat, ist ein Talent mit Hollywood-Produzenten umzugehen, denn alle paar Jahre, jetzt schon wieder länger nicht mehr, aber das ist seine eigene Entscheidung, aber davor hat er es irgendwie geschafft, immer wieder Millionen und Abermillionen für neue technisch herausfordernde Filme zu bekommen, wo andere Leute schon längst viel abgewiesen worden sind. Also ein Talent für Business-Gespräche scheint der Mann irgendwie zu haben. Nun haben wir uns ja in den letzten Wochen, bei dir war es ein etwas kürzerer Zeitraum, haben wir uns eine Filmografie eingetreten. Natürlich absichtlich, damit ich sehr viele Filme in kurzer Zeit schaue, damit ich mir noch einen besseren Eindruck habe. Natürlich, natürlich. Und das sind Filme, du kennst mein Gehirn, das ist wie ein Sieb, dass ich die Filme besser in Erinnerung habe und nicht aus reiner Faulheit und ja. Alles bis zur letzten Deadline schieben und so, ja, ja. Bin Student, das muss ich machen. Hattest du dann wenigstens eine gute Zeit währenddessen? Höchstens halt schon, ja. Also ich habe mich selten gelangweilt, sagen wir es mal so. Okay, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung und nicht bei allen Filmschaffenden gegeben. Wollen wir erst mal so ein bisschen biografisch durchgehen oder wollen wir auf die Merkmale zu sprechen kommen, die du schon angesprochen hast, was James Camerons Filme ausmacht, was sie zusammenhält, was sie verbindet? Ich glaube, biografisch können wir dann ja gleich direkt zum ersten Film überleiten. Deswegen lass erst mal vielleicht darüber sprechen, was so James Cameron ausmacht, was wir auch gedacht haben, bevor wir jetzt alle Filme nochmal geschaut haben. Zumindest bei mir war das so, James Cameron steht für zwei Sachen, Unterwasser und Weltall. Das war so in meinem Kopf drin und siehe da, ich habe alle Filme durchgeschaut. Ja, der Mann ist fasziniert von Unterwasserwelten und fasziniert vom Weltraum und manchmal, im besten Fall, überlappt sich das alles so ein bisschen. Vielleicht ist das auch bei Avatar 2, das ist jetzt sehr lustig, wir können über Avatar 2 spekulieren, obwohl die Leute, die ihn wahrscheinlich schon draußen gesehen haben, während die Folge rauskommt. Und inklusive uns, die wir den Film schon gesehen haben, wenn die Folge rauskommt. Machen wir mal wieder, Marius sagt die Vergangenheit raus, ja. Sagt die Vergangenheit raus, das können wir am Ende machen, das können wir gerne am Ende machen. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Aber ja, Weltall und Tiefsee, ich glaube, und auch der Schrecken, der mit beiden so ein bisschen einhergeht. Die unerforschten Weiten quasi, abseits des Landes, ja, ja. Bei mir war es ein bisschen so, ich wusste gar nicht, also das waren natürlich auch zwei der Sachen, die ich mit ihm verbunden habe, aber ansonsten hätte ich jetzt keine größeren Merkmale so aus der Ad-Hoc gewusst. Aber jetzt nochmal tatsächlich beim Durchschauen aller Filme sind mir so ein paar weitere Gemeinsamkeiten aufgefallen. Zum Beispiel, dass es sehr oft, beziehungsweise immer, oder fast, ja doch nicht immer, aber fast immer, um so einen Konflikt Maschine, Metall gegen Organisches geht. Das zieht sich sehr stark durch. Es gibt immer eine Liebesgeschichte. Also eigentlich ist er ein Regisseur, der Romanzen inszeniert mit einem fantastischen Genreüberbau. Man sagt immer, oder ich lese immer so, es sind starke Frauenfiguren. Ich würde aber eher sagen, es sind unterschätzte Frauenfiguren, die in seinen Filmen vorkommen. Also von den männlichen Figuren in diesem Film unterschätzt. Und diese Frauenfiguren treten dann aus dem Schatten heraus. Und es geht sehr oft um große Vorhaben, die schief gehen, ob nun auf Seite der Protagonisten oder der Antagonisten. Ja, gehe ich überall so mit. Er hat auch eine Vorliebe, oder was heißt eine Vorliebe? Ich glaube, er ist fasziniert, aber gleichzeitig angestoßen vom Militär. Also er hat schon eine Faszination davon, weil kernige Marines spielen in sehr vielen Filmen eine Rolle. Als Humorelement entweder, manchmal aber auch ernst gemeint. Das kommt auch an, in welcher Zeit der Film auch spielt. Und auch, wann er gedreht worden ist, weil die Sicht auf kernige Marines war natürlich in den 80ern eine andere, wie jetzt zu Avatar-Zeiten. Und er hat auch, auf technischer Seite ist mir auf jeden Fall eine Sache aufgefallen. Er hat ein Faible für smooth Überleitungen, also Szenenwechsel. Er macht jetzt nicht, außer bei Avatar eine Szene dazu kommen, wenn wir mit dem Film besprechen. Aber normalerweise macht er dieses klassische, er, weiß ich nicht, eine Figur schaut auf eine Wand und die Wand, man sieht komplett schwarz. Und dann, wenn die Kamera wieder zurückgeht, ist eine andere Szene. Also so diese Übergänge, dass man eigentlich keinen sichtbaren Schnitt hat, aber einen Szenenwechsel hat. Das macht er super gerne, gerade bei den Terminator-Filmen ist das gang und gäbe. Und das macht immer wieder Spaß, finde ich. Also es hat ein bisschen was Altbackendes, weil man das heute eher selten macht, weil man keinen Schnitt hat, aber trotzdem einen Szenenwechsel hat man eigentlich immer nur so bei Traumsequenzen oder sowas. Aber ich finde das immer so eine schöne kleine Spielerei. Die zieht sich zwar immer ein bisschen raus, weil das hat was sehr Filmisches, aber es hat auch was Auflockerndes. Man hat so einen kleinen, schönen Moment immer. Das macht er ziemlich häufig. Er hat jetzt, glaube ich, nicht so eine markante Bild- bzw. Filmsprache wie zum Beispiel Tarantino oder andere Regisseurinnen und Regisseur, wo du schon beim visuellen Stil erkennen kannst, okay, das ist definitiv der oder die. Aber das ist schön aufgefallen mit diesen Szenenübergängen. Ich würde noch ergänzen, seine Lieblingsfarbe ist blau. Ja, und Rauch mag er auch, also zumindest bis er das digitale Drehen entdeckt hat. Aber Rauch in Form von Wasserdampf oder sonst was ist auch sehr präsent immer in seinen Filmen, auch um vielleicht Dinge zu kaschieren, die vielleicht mal nicht so gut aussehen, aber ist ja absolut legitimes Mittel. Und vielleicht noch ergänzend zu dem, was du mit den Marines gesagt hast, ich glaube, er macht einen sehr großen Unterschied zwischen den einzelnen Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz sind, und der Institutionen-Militär. Ich glaube, er ist eher der Institutionen- oder seien es jetzt auch Konzerne sowas, denen steht er sehr skeptisch gegenüber, aber die einzelnen quasi, die in dieser Institution unten, ganz unten in der Nahrungskette stehen, denen wirft er gerne mehr Sympathien entgegen als den oberen. Ja, genau, und das sind meistens Leute, die am Anfang noch kernige Sprüche bringen und dann später doch ein weiches Herz haben oder sowas. Genau, die Individuen, die dann Wandelbarkeit zeigen oder halt nicht die zerstöreren Maschinen sind, öfter mal, wie sie sich nach außen geben. Dann kommen wir doch mal zum Biografischen. 1984 in, Gott, das kann man nur falsch aussprechen, wahrscheinlich, Capus Casing, Capus Casing, in Kanada geboren. 1984. 1984. 1984, Entschuldigung. Habe ich 1984 gesagt? Ich lese gerade das Buch. Ich lese gerade das Buch, kann sein, dass da was heutzutage gekommen ist. Ja, wir haben es schon in der Einladung gehört, 68 Jahre damit jetzt alt und was ich ja auch sehr interessant finde, der Vater war Elektroingenieur und die Mutter war Malerin. Das heißt, er hat sowohl das Technische als auch das Kunstvolle direkt mit in die Wiege gelegt bekommen, könnte man sagen. Hatte, wie ich gehört habe, schon in jungen Jahren eine gewisse Faszination fürs Tauchen, fürs Unterwasserwetten. Hat dann auch hier Physik studiert und abgebrochen, also das Technische. Und dann anschließend Literatur studiert, da haben wir das Künstlerische. Hat dann 1978 seinen ersten Kurzfilm Xenogesis gedreht und stieg dann anschließend in der Produktionsform von Roger Corman ein. Das war ein sehr erfolgreicher und auch vergleichsweise anspruchsvoller B-Filmproduzent. Hat sich da so ein bisschen einen technischen Namen gemacht. Wurde bekannt für seine sehr ehrgeizige Arbeitsweise. Und hat dann 1980, 81 seinen ersten Regiejob angeboten bekommen, nämlich für Piranha 2, fliegende Killer. Und das ist dann auch der erste Film, zu dem wir kommen. Der wahrlich nicht leicht aufzutreiben ist, aber den wir uns trotzdem angeschaut haben. Und ja, man muss sagen, es war durchaus interessant zu sehen, womit dieser Mann angefangen hat. Ja, auf jeden Fall. Hast du Piranha 1 gesehen? Ich nämlich nicht. Nein. Nee, ich auch leider nicht. Aber ist ja von Joe Dante, auch ein relativ berühmter Regisseur. Und Teil 2 quasi jetzt wieder von einem großen Regisseur. Also hat schon mal da so seine Parallelen. Da hört mein Wissen über Piranha 1 auch schon auf. Hat für den zweiten Teil auch überhaupt keine Auswirkungen. Also falls ihr euch denkt, jo, ich mach auch mal einen James Cameron Marathon. Ihr müsst Piranha 1 nicht gesehen haben, um Piranha 2 zu verstehen. Ihr müsst keinen Film auf dieser Welt gesehen haben, um Piranha 2 zu verstehen. Außer vielleicht der weiße Hai. Ja. Um zu erkennen, dass es ein ziemlich billiges Rip-Off davon ist mit B-Movie gemischt dazu. Wir haben, um die Story kurz zusammenzufassen, da ich mir jetzt nicht extra den Wikipedia-Artikel oder so aufgemacht habe, ich kenne keinen Namen mehr oder sowas. Christian, vielleicht kannst du da irgendwo einspringen. Aber zumindest könnt ihr auch bloß hier von Wikipedia zitieren. Aber es ist auch nicht, es ist völlig egal. Jaja, es ist völlig egal, denn es ist ein absoluter 80er Jahre B-Movie oder C-Movie sogar. Über einen Ferienort, wo auf mysteriöse Art und Weise Menschen zu Tode kommen. Und ja, eine Animateurin für Tauchlehrgänge, würde ich sagen. Tauchlehrerin ist es direkt, ja. Genau, dieser, diesem Geheimnis auf die Spur geht und ja, es geht halt um fliegende Piranhas, radioaktiv verseuchtes Experiment der US-Armee, das dort sein Unwesen treibt. Zur Mitte des Films kommt raus, das ist schon gesagt, dass das quasi ein Experiment vom Militär ist und dass die den, wie es heißt, ultimativen Killerorganismus schaffen wollten und dabei rausgekommen sind fliegende, lichtscheue Fische, die aber zumindest direkt an die Kehle gehen. Ja, genau. Also sie sind auf jeden Fall darauf programmiert, dass du direkt die Kehle abbeißen. Ach ja, es ist, also der Film beginnt mit einem Pärchen, das einen Unterwassertrip in einen Frack macht und dort unter Wasser, wo man wohl Sauerstoffflaschen und sowas braucht, also es sind schon ein paar Meter wohl unter Wasser, dort dann sich allerdings komplett nackig machen und Sex haben und dann von Piranhas angegriffen werden. So beginnt der Film. Und du weißt genau, was einen erwartet und das ist schön. Der Film macht gar keinen Hehl daraus, dass er Krütze ist. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei diesem Film. Es ist, wir können es vorwegnehmen, das ist Kremlens schlechtester Film. Er hatte quasi keine Freiheiten. Er wurde gefeuert irgendwann beim Dreh, weil er seine Sache nicht so umsetzen konnte. Es gibt irgendeinen Myth, zumindest steht es mal so, mal so da, dass er in das Studio in Rom eingebrochen ist, um den Film umzuschneiden, was dann aber wieder rückgängig gemacht worden ist. Also es ist absolute kuriose Geschichten, was dort passiert ist. Keine wilde Zeit. Kann ich dazu noch ergänzen, das, was ich anderswo gelesen habe, war, dass der Produzent des Films sogar gar nicht die Absicht hatte, dass Cameron den Film quasi richtig drehen kann, sondern er brauchte für irgendeinen Kinodeal in den USA, brauchte der einen nordamerikanischen Regisseur auf dem Regieposten und hat quasi gesagt, okay, ich nehme diesen James Cameron, aber ich feuere den nach zwei Wochen und hat auch irgendwie das Filmmaterial direkt nach dem Drehtag immer nach Rom geschickt, damit Cameron sich das auch überhaupt nicht anschauen kann. Deswegen, es ist ein Film, der zwar James Camerons Namen trägt, aber es ist kein James Cameron Film, obwohl ich beeindruckt davon bin, wie sehr dieser Film seine Schatten auf das vorauswirft, was James Cameron später noch machen wird. Absolut, es ist fantastisch. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, wie James Cameron diesen Job bekommen hat. Hat sich gedacht, okay, Piranha-Film oder sowas. Ja, perfekt, da kann ich Unterwasserdrehs machen und sowas und blutige Wesen inszenieren. Darauf habe ich richtig Bock. Und dann übermotiviert, perfektionistisch wollte er an diesen Film rangehen und wahrscheinlich relativ schnell feststellen musste, dass überhaupt gar kein anderer hier den Drang danach hat, einen großen Film zu drehen, sondern wahrscheinlich alle anderen ihr Geld bekommen für diesen Film und halt im besten Fall ein bisschen Spaß haben an den Locations. Und er wahrscheinlich der komplette Einzige an diesem Set war, der irgendeine Vision hatte oder irgendwas mehr machen wollte, als einfach nur Geld verdienen und damit natürlich absolut keine Chance hatte. Ich bin aber ein bisschen froh drüber, dass er nicht das machen konnte, was er wollte, weil herausgekommen ist, eine wunderschöne B-Perle, die man sich wirklich, wenn man Trash-Filme mag, das ist ein Film, den man gesehen haben muss, ohne Scheiß. Der hat so schöne Szenen, die so herrlich dumm sind, so herrlich bescheuert. Macht einfach nur Spaß. Also ich hatte wirklich, ich hatte mehr Spaß als ich sollte, ja. Ich hatte durchaus auch meinen Spaß zeitweise, aber man merkt halt einfach, was für eine Katastrophe das war. Vor allem, was der finale Schnitt, also da ist was furchtbar schiefgegangen. Man hat am Ende, kurz vor Ende, hat man mehrere Szenenwechsel, wo es Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht ist. Also irgendwas ist da wirklich im Final Cut furchtbar, furchtbar schiefgegangen. Es tauchen dann auch irgendwelche Figuren auf, wo ich mir dachte, okay, wer ist das jetzt? Habe ich den schon mal vorher gesehen? Irgendwann ist da so ein halb abgenagter Menschenkörper, der am Strand noch ein paar Meter geht. Who the fuck ist diese Person? Ich wusste es nicht, der Film hat mir das nicht klar gemacht, ja. Aber wie gesagt, das Schattenvorauswerfen, das finde ich ja sehr interessant. Diese Motive, die wir hier schon haben und die wir auch später öfter mal sehen werden. Natürlich unter Wasser, wir haben einen Schiffswrack da drin. Wir haben biologische Waffen, um die es geht. Wir haben Lance Henriksen, der später auch in James Camerons Filmen mehrfach auftreten wird. Und wir haben eine Szene in der Leichenhalle, eine von Piranhas getötete Leiche liegt dort. Dann kommt die Wachfrau rein und auf einmal springt einer dieser Piranhas aus dem Bauch dieser Leiche heraus und ihr an die Kehle. Also da haben wir direkt die Chessbuster-Referenz, die wir dann später auch noch bei den Aliens sehen werden. Das ist schon interessant, auf jeden Fall. Ja, der Chessbuster ist eine Referenz auf Piranha 2, da bin ich mir relativ sicher. Wenn es ihn nicht schon zwei Jahre vorher gegeben hätte, ja. Ja, stimmt, ja, Quatsch, Alien 1 war ja Ende 70er, ja, ja, stimmt. Ich glaube, wir sagen es falsch, das heißt doch Chessbuster, oder? Bin ich blöd? Muss mich nur an. Ich weiß nicht, für Aliens kommen wir auch noch. Egal. Aber ja, der Film hat und eine starke Hauptfigur, also eine Frau in der Hauptrolle, die zumindest die Hauptcharakterin ist und nicht nur Dämpsel und Stress, sondern hier auch selbst zur Tat schreitet, was für Anfang der 80er auch für ein Action-B-Movie, die nicht nur da ist, um gut auszusehen, sondern halt auch selbst Handlung beiträgt. Obwohl es davon auch genug Frauen gibt, sehr viele paarungswillige Frauen, die in diesem Urlaubsressort residieren. Ja, der Film, auch mit seinem Humor, der Humor ist immer auf so einer sexuellen Ebene, was super cringy ist, irgendwie der Nerd, der von der heißen Blondine dann irgendwie angeschmachtet wird, aber einfach nur, um Essen zu bekommen oder sowas, ich erinnere da an die Küchenszene, mit diesem stotternden Koch, die Piranhas, die vorurschbar aussehen, war wirklich mehr lustig als... Und klingen wie irre Spatzen, wenn die in der Luft fliegen, das ist ja so ein Flattern. Ja, sie fliegen ja auch, sie fliegen ja auch. Ja, aber das klingt so... Das nimmt jede Bedrohung raus. Ja, oder das Dynamitfischen auch relativ am Anfang, was einfach so sämlich ist. Ach, der Film hat einfach so tolle Momente, wo ich einfach nur da saß und wirklich... Ich hatte wirklich Spaß mit diesem Film und da halt einfach so in vieler Hinsicht, obwohl Cameron damit anschaulich ja wohl wenig zu tun hatte, trotzdem irgendwie hat er da sein Handwerk dann doch mitgelernt und seine Erfahrungen draus gezogen, weil halt schon sehr viel darauf hindeutet, wie du schon gesagt hast, was dann auf uns zukommen wird. Und deswegen ist dieser Film halt aus werkschau-technischer Sicht super interessant und für alle Fans von B-Movie-Trash-Filmen meine größte Empfehlung. Also er ist auf meinem Ranking der Terminfilme nicht ganz unten, so viel sei schon mal gesagt. Oh, okay, okay. Gut, dazu kommen wir dann nächste Woche. Das wird ja kontrovers. Du hast diese Urban Legends schon angesprochen. Cameron ist dann nach Rom gefahren und also die Legende besagt, er ist ins Studio eingebrochen, aber er wurde wohl hineingelassen kurzzeitig und dann wieder heraus begleitet. Wie auch immer. Jedenfalls hat er dann in Rom eines Nachts, die weitere Legende, hat er wohl einen Albtraum gehabt von einem Stahl-Skelett und geboren war die Idee von Terminator. Er kommt aus der Zukunft und hat einen Auftrag in der Gegenwart. Er sieht aus wie ein Mensch, aber er ist eine Maschine. Er tötet. Selbst ist er unzerstörbar. Arnold Schwarzenegger, der Terminator. Das klingt wie eine Geschichte, die im Nachhinein aufgeschrieben worden ist. Ja, so erzählt er es jedenfalls auch neuerlich in deinem sehr interessanten Interview mit GQ. Jedenfalls hat er dann die Idee weitergewickelt, hat auch entwickelt, hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Das ist übrigens eine Gemeinsamkeit, die dann auch seine späteren Filme ausmacht, dass er das Drehbuch immer geschrieben hat. Und hat sich ja überlegt, okay, wie kann ich diesen Film inszenieren? Also die ursprüngliche Idee war eben einfach diese Skelettfigur, aus der er heraus das entwickelt hat. Und ja, eine Science-Fiction-Geschichte in einem kompletten Science-Fiction-Szenario schwierig zu finanzieren. Deswegen sagt er, okay, wir verlegen es in die Gegenwart, machen Zeitreise draus, fertig ist die finale Filmidee. Dann gab es doch so ein bisschen, was die Besetzung des Terminators betrifft, ein paar Schwierigkeiten. Am Ende hat es dann Arnold Schwarzenegger, hat ihn dann überzeugt. Und dann haben wir eine Geschichte bekommen über eine Figur namens Sarah Connor, die in die Popkulturgeschichte eingegangen ist. Eine junge Frau, die in den 80ern lebt, in Los Angeles, lass es sein. Und die Besuch bekommen von zwei Zeitreisenden aus der Zukunft, wo die Maschinen gegen die Menschen kämpfen. Eine dieser Figuren ist eben der Terminator, gespielt von Arnold Schwarzenegger, der sie töten soll, weil ihr Sohn zum Anführer des Widerstandes wird. Und der andere ist einer dieser Widerstandskämpfer, Kyle Reese, der sich letztendlich als Vater von John Connor entpuppt, weil da es auch eine Romanze zwischen beiden gibt. Es gibt einen Horror-Slasher-Film mit Science-Fiction-Huntergrund, der noch ein bisschen roh geschliffen ist. Und ich habe ihn jetzt auch beim neuerlichen Sehen nochmal ein bisschen abgewertet. Aber ein Film, der einfach in seiner Rohheit auch extrem gut, extrem spannend ist. Und ja, auch durchaus beachtliche Action hat und natürlich Meme-Potenzial ohne Ende mitbringt. Absolut, ja, ja. Ich habe den echt lange nicht mehr gesehen, genauso wie den zweiten. Und war echt auch gespannt, wie der mir heute gefallen wird. Also wirklich das letzte Mal als Jugendlicher habe ich den geschaut, im Fernsehen wahrscheinlich. Und ich mag den Anfang sehr. Der Anfang von Terminator ist großartig. Es gibt quasi eine kurze Szene auf die Zukunft, eine Texttafel, die einen grob erklärt. Die es eigentlich nicht gebräucht hätte, finde ich. Nö, die hast du noch nicht mal gebraucht, aber es ist okay. Okay. Äh, es waren die 80er, das war Zeit der Texttafel. Dann hast du sehr lange, also bestimmt lass es 20, fast 30 Minuten sein, nicht wirklich eine Ahnung, was passiert, wenn du nicht jetzt heute aus popkulturellen Gründen schon wüsstest, worum es geht. Aber damals, in den 80ern, wärst du ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil man sieht halt Arnold Schwarzenegger, wie er nackt erscheint und Punks verprügelt. Äh, dann siehst du, äh, Kyle Reese, der sich eine Folgungsjagd mit der Polizei quasi abliefert. Und dann Sarah Connor und danach geht's halt ein paar Minuten rum, dass eine Sarah Connor im Telefonbuch nach der nächsten umgebracht wird. Und, äh, sie natürlich dann ein bisschen Panik schiebt. Und erst, wenn die beiden, alle drei aufeinandertreffen, dort in dieser Disco, und danach halt, äh, Kyle, äh, Sarah erzählt, was hier überhaupt Sache ist im, im Parkhaus, erst dann weißt du, worum das Ganze jetzt hinausläuft, beziehungsweise was hier eigentlich Sache ist und das, äh, eigentlich um den Sohn geht und sowas und mochte ich, mochte ich sehr gerne. Also bis zu dem Zeitpunkt fand ich das richtig gut. Dann haben wir ein bisschen Romanze, dann haben wir eine Nacht zusammen. Auch eine Nacht und direkt, äh, der Sohn, der, die, die, die Welt beschützt quasi in Zukunft entsteht, auch, äh, ja, Glück gehabt, sag ich mal. Und, äh, es gibt dann noch ein Finale, sagen wir es mal so, äh, was vor Action bombast für die Zeit, halt nur so hervorstrotzt und, ähm, da merkt man dann auch am meisten, aus welcher Zeit der stammt und dass der halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und damals wahrscheinlich jetzt auch nicht das allergrößte Budget hatte, weil der Terminator am Ende natürlich ein Animatronic ist, der ziemlich geholpert, äh, auf die zukommt und sehr viel mit, ähm, mit Screens gedreht worden ist, weißt du, dass sie einfach im Hintergrund der Terminator auf einem zuläuft, aber vorne, die sind halt klar zu sehen und hinten ist halt so dieses VHS-Bild, weil es halt einfach ein Bildschirm aus der daheimelligen Zeit ist, ähm, was halt natürlich aus dem Gesicht ein bisschen, ein bisschen spaßig schon wirkt. Äh, ich finde, der Film wird halt immer schlechter, umso länger er geht, allerdings wird er nie wirklich ununterhalbt sein. Also ich hatte immer noch sehr, sehr viel Spaß bis, bis zum Schluss. Er geht ja auch nicht furchtbar lang, ein bisschen mehr als 100 Minuten, glaube ich. Ja, das ist ein relativ knackiger, ich, kurzer Film. Du hast recht, der Anfang ist natürlich mit diesem, mit dieser ungewohnten Prämisse, mit dieser frischen Prämisse doch etwas, äh, spannender und packender als das Finale letztendlich, wo es dann auf Action-Sequenz, Verfolgungsjagd und so weiter hinausläuft. Man sieht auch den technischen Verfall, in Anführungsstrichen, an dieser Szene, wo sich Arnie da selber operiert und wo dann auf einmal ein sehr falscher Kopf zu sehen ist. Und klar, da ist die Zeit nicht unbedingt gut für den, für diesen Film gewesen. Aber ich finde es beeindruckend, wie Cameron hier seine Bildsprache weiterentwickelt hat und wie er mit nicht sehr subtilen, aber doch halbwegs eleganten Übergängen schon darauf andeutet, was kommt. Du hast schon diesen Einstieg eingesprochen von kurzer Blick in die Zukunft und der Shot in die Gegenwart, der erste Gegenwart, die erste Gegenwartseinstellung ist ein Müllkipper. Genau. Die aber ganz nah dran ist und dann fährt die Kamera raus und dann sieht man erst, okay, das ist jetzt keine totbringende Maschine, sondern Müllkipper, aber eben schon dieses Andeuten, okay, die Maschinen, so sehr die Menschen von ihnen abhängig sind und so sehr sie quasi für den Luxus sorgen, na ja, auch diese ganzen, was so Kopfhörer, Autos betrifft. Also überall, wo Maschinen vorkommen, werden sie sehr überbetont. Das spiegelt dann quasi das, was in ein paar Jahren mutmaßlich auf die Menschheit zukommt. Ist dann am Ende wieder aber auch halbwegs persönlich, denn am Ende vernichtet Sarah Connor die Maschine mithilfe einer anderen Maschine. Das heißt, diese Botschaft, wenn man so das reinlesen will, Maschinen sind nur so gut oder schlecht, wie das, wofür man sie benutzt. Ich glaube, der Film spielt auch in sieben Jahren, oder? Also in sieben Jahren ist es, glaube ich, so weit. Ich glaube, 2029, wenn ich mich mal richtig erinnere. Ja, ich glaube, in den 2020ern, ja. Ja, also bald haben wir es geschafft, Leute. Elon Musk kalt dich ran. Ja, wir sind ja auf dem besten Weg, muss man auch sagen. Also wir geben uns schon Mühe, das noch hinzubekommen. Und Sky, ja, ich glaube, der Atomkrieg war aber 1997 dann. Also, naja, schwierig. Zumindest finde ich es aber auch immer faszinierend, wie sich Leute aus der Vergangenheit die Zukunft vorgestellt hat, in der wir gerade leben. Ich meine, bestes Beispiel ist ja Zurück in die Zukunft, das, glaube ich, 2015 spielt, wenn ich mich richtig erinnere. Der zweite. Immer wieder lustig. Auch Blade Runner, der, glaube ich, 2019. Wenn ich mich richtig erinnere, der erste spielt. Also es sind so ein paar Filme, die das Sci-Fi-Genre quasi in unserer Zeit verlegen. Und das macht, wie ich finde, immer wieder Spaß. Die Leute, und man sich denkt, ja, da waren sie gar nicht so schlecht. Da waren sie schon nah dran. Und andere denken, ja, so viel Rauch gibt es bei uns nicht. Also wenn du jetzt nicht gerade im BASF-Gelände bist oder so. Also sehr unterhaltsamer Action-Sci-Fi-Filme. Kann man ehrlich gesagt nichts falsch machen. Ein bisschen roh, ein bisschen klobig, ein bisschen unrund im Finale. Aber deswegen auch ein bisschen schabend. Ja, genau, genau. Aber auf jeden Fall ein sehr großer Sprung von Piranhas zu diesem Film. Ich sehe da Parallelen. Und einen nicht ganz so großen Sprung vielleicht, aber trotzdem noch einen sehr deutlichen. Macht er auch zwei Jahre später beim nächsten Film, nämlich Aliens, die Rückkehr. Marius, ich habe gleich mal von Anfang an gefragt, welche Version hast du denn gesehen? Hast du die Kinofassung oder den Directors Cut gesehen? Äh, gut, ich habe die bei Disney Plus gesehen. Dann hast du die Kinofassung leider nur gesehen. Das kann ich sein. Das ist ein bisschen schade, weil der Directors Cut doch einige Elemente hat. Aber der geht wahrscheinlich länger, ne? Wenn du die Geschichte recht findest, der geht eine Viertelstunde länger, ja. Ja, nee, das, dann ist gut. Aliens, die Rückkehr, die Fortsetzung von Ridley Scott's Alien, ähm, spielt 80, nee, Entschuldigung, 57 Jahre, nachdem Alan Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, äh, sich mit einer Raumkapsel, mit einer Rettungskapsel abgesetzt hat, im Kälteschlaf lag. Sie wird geborgen und, ähm, wird jetzt nochmal zusammen mit einem Trupp Marines auf den Planeten geschickt, auf dem ursprünglich das, die Alien-Eier gefunden wurden. Dort hat, wurde in den vergangenen Jahren eine Kolonie errichtet und die wurde kürzlich, äh, von den Aliens überrannt und vor Ort stellt man dann nur noch quasi Leichen fest oder eingesponnene Menschen, die als Wirte benutzt werden. Und die Marines versuchen, sich, äh, da durchzuschlagen und lebend rauszukommen, was nicht vielen gelingt. Einer der, ähm, so landläufig als stärksten, äh, bezeichneten Filme von James Cameron wirst, das auch so sehen, Marius. Ja, äh, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Hot Take dieser Folge. Ich habe, ich muss ein bisschen ausholen, es tut mir leid. Ich habe die Alien-Reihe vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, habe Alien 1 geschaut und dachte mir, alter Schwede, was ein geiler Film. Schaue dann Teil 2 und war sehr enttäuscht, dass aus diesem fantastischen Horrorwerk ein Action-Feuerwerk gemacht worden ist. Bevor jetzt alle wieder aufschreien, ja, 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 ich weiß, dass das die wahrscheinlich bessere Entscheidung gewesen war, als wir machen noch einen Horrorfilm, weil dann eh nicht an das erste Teil reingekommen wäre und deswegen war es auch vom Prinzip eine gute Idee, einen Action-Film zu machen. Nur leider entsprach das nicht meiner Erwartungshaltung. Deswegen war ich sehr enttäuscht. Schnitt ein paar Jahre später. Ich weiß, dass ich Aliens 2, äh, dass ich Aliens schauen muss und wollte dafür in guter Verfassung sein, beziehungsweise Zeit haben, entspannt diesen Film zu schauen, äh, weil ich weiß, dass er mir halt beim ersten Mal nicht gefallen hat und viele Leute aber das anders sehen. Was habe ich also getan? Ich habe den ungefähr um 11 Uhr abends sehr verschnupft, wo ich eigentlich schon schlafen wollte, aber das ist auch seitlichen Gründen, muss ich diesen Film halt noch schauen. Äh, in dieser Woche geschaut und war einfach nur froh, als er zu Ende war. Und wie viel davon schiebst du auf deine Verfassung und die Zeit? Wenig, wenig. Also, ich mag das Finale. Äh, 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 der, der, der Kampf von, von Ripley gegen das Alien, die Alien Queen, fantastisch, großartig. Und, äh, der Mann kann ja auch Action inszenieren, wie kein zweiter noch, also da werden wir auch noch weiter drauf eingehen, wahrscheinlich. Super toll, toll, toll. Aber alles davor ist, ich finde den, sorry, ich finde den langweilig. Da ist so viel, eine Action-Piece nach dem nächsten und dann wird geballert und da gibt's Marine-Sprech irgendwie eins nach dem nächsten. Und irgendwo steckt Ripley, ja, Ripley ist das Einzige, was mich irgendwie da noch, was noch einen Kern hat, wo ich sag, okay, da, da fieber ich mit. Das andere ist für mich auswechselbares Kanonenfutter, äh, keine Ahnung, Videospiel-Ästhetik aus heutiger Sicht, ähm. Ja, aus heutiger Sicht eben, weil die ganzen Videospieler diese Optik geklaut haben. Natürlich, natürlich, auch die Optik, aber das ist halt nicht das, das Werk von Aliens, sondern das Werk von Alien. Das gebe ich diesem Film, der, er hat sich einfach nur daran orientiert, was der Erste großartig gemacht hat in Sachen Stil und Look und so. Und, was mich am meisten stört, ist halt, dass das Alien aus Teil 1 als einzelne Figur eine riesige Bedrohung war, die gerade so noch entfloren werden konnte, obwohl er auch ein riesiger Trupp an Menschen quasi vor Ort war. Gut, Forscher, aber trotzdem. Aber nicht bewaffnet. Ja, schon, aber zumindest wird in Aliens halt nur als Horde dargestellt, als, ja, ob da jetzt Aliens auf einen Zugerrand kommen oder ein Horror-Clown, ist eigentlich relativ egal, weil das halt einfach nur ein Monster ist, was in Horden auf dich zurennt und das kannst du abballern. Weiß ich nicht, ob das aus meiner heutigen Shooter-übertrüssigen Mindset kommt, aber es ist, es war für mich einfach relativ langweilig, dort gerade eben vor dem Finale bestimmt eine halbe Stunde lang die Typen beim Ballern zuzusehen, das hat, gut, eine Frau ist auch dabei. Aber einfach nur Menschen beim Ballern zuzusehen, hat mir ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht. Ich finde, das ist der schlechteste Cameron-Film aller Zeiten. Boah. Alter, 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 okay. Also ich stimme dir zumindest in dem Punkt zu, dass er nicht so gut wie der erste Teil ist, der für mich immer noch der beste Horror-Film aller Zeiten ist tatsächlich, oder der, der zumindest mir am meisten Angst einjagt. Aber ich finde, das ist, nichtsdestotrotz, obwohl ich nur Teil 1 bis 3 und die Prometheus-Dinger da gesehen habe, aber es ist für mich der zweitstärkste Eintrag in der Reihe und für mich auch ein extrem starker Film von James Cameron. Einfach weil er, aus vielen Gründen, sagen wir mal so, einmal ist es diese unfassbare Materialschlacht, die er auffährt. Ich meine, allein schon der Blick im Hangar dieses Raumschiffes. Da ist natürlich sehr viel mit diesen Matte-Paintings im Hintergrund, dass es dem Ganzen noch mehr gibt. Aber allein wie physisch und brachial diese ganze Ausrüstung ist und wie viel das ist und die fetten Gewehre, die die tragen, das ist für mich einfach, das ist so richtig schöne 80er Jahre Actionästhetik im positivsten Sinne. Dann, finde ich, bringt er sehr gut Spannung auf in diesen ersten Szenen, in denen sie da die Basis erkunden, bevor sie auf die Alien stoßen. Dieser Blick durch diese dunklen Enggänge, du hast diesen Bewegungstracker, die dir die ganze Zeit eben piept oder nicht piept, je nachdem ob was ist. Eine langsame Kamera, eine sehr brodelnde Musik, du hast doch immer wieder so POV-Shots in der Helmkamera überhaupt. Das findet sich auch in sehr vielen Filmen von James Cameron, wieder so kurze POV-Einlagen. Ich finde es schön, dass er auch die Figur des Replikanten im Gegensatz zum ersten Teil auf positiv dreht. Im ersten Teil war es ja eine sehr hinterhältige Figur, die sich quasi als die zweitgrößte Bedrohung auf diesem Schiff entpuppt hat. Jetzt ist es hier eine extrem effektive Unterstützung, also auch da ist der Film eher wissenschaftspositiv. Die Action, finde ich, super inszeniert, hat super viel Spaß gemacht mir. Und klar, da gibt es so ein paar dumme Sachen wie, bleibt denn niemand oben auf dem Schiff zurück, für den Fall, dass irgendwas schief geht? Oder so Aussagen wie von dem kleinen Mädchen, es ist bald dunkel und meistens kommen die nachts und ich denke mir, okay, es ist die ganze Zeit einfach dunkel auf diesem Planeten. Oder auch, dass diese Geburtsmetapher direkt angesprochen wird, anstatt das so ein bisschen im Wagen zu halten. Also auch hier, Cameron ist kein subtiler Erzähler, aber ein sehr effektiver Erzähler und das verkörpert dieser Film für mich sehr gut. Diese einfach effektive, düstere Horror-Action-Sci-Fi-Geschichte mit eben Alan Ripley als emotionalem und Figurenkern dieser Geschichte. Tatsächlich im Director's Cut-Material kommt Material vor, was ich wirklich nicht missen wollte in diesem Film. Einmal hat man eben noch einen kurzen Ausblick auf die Kolonie, während sie bewohnt ist und wie dieses Schiff und die Eier entdeckt werden. Und vor allem hat man am Anfang noch eine Szene, in der Ripley erklärt wird, dass ihre Tochter vor ein paar Monaten oder zwei Jahren oder so gestorben ist. Also Ripley hat quasi den Tod ihrer eigenen Tochter fast nur knapp verpasst und dadurch wird diese Bindung zu diesem kleinen Mädchen, was sie da in der Basis finden, noch mal stärker. Ja, wobei ich mir das fast gedacht hätte. Und auch dieser Blick auf diese Familie, die eben die Eier entdeckt wurde und das kleine Mädchen, davon die letzte Überlebende ist, das bringt noch mal so ein bisschen emotionale Bindung mit rein zu diesen Figuren, wie ich finde. Und dann am Ende hat man halt, also Ripleys Entwicklung, hier haben wir sie auch wieder, die wird am Anfang so komplett unterschätzt, niemand nimmt die ernst, alle sagen, ja, das ist ja alles nur Quatsch, was du erzählst und so. Und auch die Marines klopfen so Sprüche, sind dann aber die ersten, die auseinanderfallen und in Panik ausbrechen und Ripley reißt dann das Kommando an sich. Und das ist für mich so die Sahneszene, wenn sie sagt, okay, wir machen jetzt das und jetzt passiert dies und du gehst dahin und du sicherst diesen Vektor ab. Und das ist für mich die Kernszene eigentlich in diesem Film mit natürlich dem großen Duell der Mütter am Ende. Ja, ich sage, gegen das Finale habe ich absolut nichts. Das ist großartig, das ist toll inszeniert, das ist spannend. Vor allen Dingen ist ja eigentlich das Happy End schon erreicht und dann gibt es ja noch mal den, ja, die Deutsche in den Rücken im wahrsten Sinne des Wortes. Super, toll, hatte ich auch nicht mehr so eine Erinnerung, dass das so inszeniert worden ist. Fantastisch, hat mir Spaß gemacht, das ist wirklich das Beste am ganzen Film. Ripley an sich, weil ich aber auch Sigourney Weaver super finde und die Idee, wie Ripley ist, hat auch der Film nicht erfunden, das hat Alien erfunden und nicht Aliens. Da konnte sich einfach James Cameron an der guten Figur aus dem ersten Teil bedienen und sie noch weiterentwickeln. Ja, eben, ich finde, er wickelt sie noch ein ganzes Stück weiter bis hin zu der Figur, die sie in der Popkultur geworden ist. Wenn es einfach nur den ersten Alien gegeben hätte, wäre Alan Ripley niemals so eine Ikone geworden, wie sie jetzt durch den zweiten Teil erst geworden ist. Mag sein, aber auch, ja. Dieses Bild von ihr mit Kind auf dem einen Arm und eine doppelte zusammengeklebte Waffe in der anderen Hand, das ist doch, also das ist doch ein Bild für die Götter. Absolut. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Gegen Alan Ripley werde ich auch nichts sagen, ich mag es ja auch im dritten Teil, den dritten Teil mag ich dann wieder übrigens, obwohl er auch eine schreckliche Produktionsgeschichte hat, übrigens von David Fincher, ne? Ja, genau, und der vierte ist dann von dem, der Amelie gedreht hat. Uh, aber ... Jean-Paul Genet, Genet. Aber auch wieder ein Film mit merkwürdiger Produktionsgeschichte, der am Ende funktioniert, meiner Meinung nach, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, der zweite Teil, wie gesagt, mir gehen diese Marines vollkommen auf die Nerven, äh, wir haben später noch einen Film, äh, beziehungsweise nächste Woche einen Film, wo es ähnlich ist, aber dieses Marine-Gespräch, dass die auch beim, dass die immer einen blöden Kommentar haben, oder immer, wirklich, äh, äh, würde ich einen Shooter spielen, würde das so auf den Sack gehen, wenn mir jedes Mal irgendein Team-Member irgendeinen blöden Spruch sagt, selbst beim Sterben sagen sie noch einen blöden Spruch, so wie wir, ich hab dich immer gehasst, spreng uns in die Luft, mein Gott, Gott, stirb doch endlich. Also, ich hab, ich war am Ende für die Aliens, ne, also ich hab gedacht, komm, zerreißt es einfach. Äh, Ripley kommt raus, alle anderen sterben, find ich gut. Ach, Marius, du bist herzlos. Ach, komm. Du kannst keine, du kannst einfach 80er-Jahre Action-One-Liner nicht wertschätzen. Doch, in richtigen Momenten, äh, pointiert, wie bei Terminator halt. Okay, kann ich, kann ich nachvollziehen, oder get away from her, bitch. Ist natürlich ein super Spruch, weil sie halt dort in diesem Mac sitzt und sagt, hey, guck mich an. Und deswegen ruft sie halt einen Spruch in den Raum. Aber wenn, wenn du von Aliens im Ring bist und dann kommt ein Kollege zum Helfen und sagst, und du sagst so, ich hab dich schon immer gehasst. Mein Gott. Hält dir nichts besser sein. Bei dem Tod lachend ins Auge blicken. Ja, weiß ich nicht. Wenn's auch nur einmal vorgekommen wär, okay. Aber das passiert dann am laufenden Band, während die halt vor diesen Aliens fliehen, je Einspultat im nächsten. Es ist wirklich absolut nervig und dafür hasse ich die 80er auch so sehr. Ich bin ja sowieso kein großer Fan der 80er-Jahre. Deswegen ist das natürlich nochmal pointiert. Von wann ist der Film? 1987? 86. 86, ja, das ist so 80er auf ihren Höhepunkt quasi. Und es gibt natürlich viele Fans dieser Zeit, dieser Musik, dieser Popkultur und sonst was. Und die haben einen Spaß daran. Ich bin halt nicht so einer. Und deswegen war ich etwas gereizt, als ich diesen Film geschaut habe. Sagen wir es mal so. Gut, einmal 80er musst du noch über dich ergehen lassen. Wir springen nämlich nochmal drei Jahre nach vorne, ins Jahr 1989. Und da erscheint ein Film, ich würde denken, es ist somit der unpopulärste Film von James Cameron. Nicht in der Sinne von unbeliebt, aber der am wenigsten Gesehene, Bekannte zumindest, ist er einer seiner wenigen. Außer wir waren der zwei, ja. Nicht, nicht, ja, genau, den können wir ja sowieso mal ausklammern. Aber es ist nicht einer seiner, ähm, einer der wenigen Filme, die kein Kassenerfolg waren. Nämlich The Abyss, Abgrund des Grauens. Willst du die Handlung zusammenfassen, oder soll ich mich nochmal versuchen? Gerne, wenn ich keinen Namen sagen muss, dann tue ich die Handlung zusammenfassen. Sehr gerne. Es geht um eine, ähm, was war es denn jetzt? Äh, Expedition, naja, nee, Quatsch, um ein Atom-Urboot, genau. Atom-Urboot, das, äh, versinkt im, im, oder auf den Grund sinkt durch ungeklärte Umstände. Und, äh, eine fahrbare Untersee-Expedition für Öl. Ist das, glaub ich, irgendeine Bohrplattform? Genau, so eine fahrbare Bohrplattform soll die nun erkunden, zusammen mit Marines, die, äh, zur Hilfe kommen, um halt nachzuschauen, wo dieses Atom-Urboot halt versunken ist. Und ob es natürlich noch Lebende gibt. Und vielleicht auch, warum das Ganze gesunken ist. 99 Prozent, die von diesem Film spielen unter Wasser. In den, in der Tiefe. Und, ja, dann passieren halt Dinge. Ich, ich, ich möchte ehrlich gesagt bei dem Film gar nichts zu verraten, weil er halt so unbekannt ist, was passiert. Ja, das ist vernünftig. Also, wir können, glaub ich, sagen, das ist ja auch bekannt, man kennt die Szene mit diesem Wasserzentakel. Es gibt da eine, äh, nichtmenschliche, intelligente Lebensform, die da noch eine mittelgroße Rolle spielt, sagen wir mal so. Und zum Ende hin immer relevanter wird. Genau, also er hat so zwei Punkte, denen man sich so anschließen kann. Einmal so dieses menschliche Miteinander auf dieser Bohrinsel, weil sie halt dann nun mal eingeschlossen sind irgendwann. Und dann, äh, quasi sich gegenseitig so ein bisschen, äh, anzicken. Mit anzicken meine ich versuchen umzubringen. Und dann halt noch dieses übernatürliche Ebene, die dann, umso länger der Film geht, umso eine größere Rolle spielt er. Ich kannte, ich weiß nicht, hast du den von mir vorher gesehen? Nein, den hab ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich wusste so ein bisschen um die, äh, ich sag mal, Relevanz dieses Films innerhalb der Technikgeschichte des Films. Dass er ja mit diesem Wassertentakel, ähm, eine der ersten animierten Wesen, so, äh, also fotorealistisch animierten Wesen im Film hatte. Wurde auch sehr viel gemacht, was so Unterwasser-Blue-Screens betrifft. Da wurde auch, hat er auch sehr viel gemacht. Und, äh, James Cameron hat gesagt, für diesen, für diese ganzen CGI-Shots, damals hat's für 24 Einstellungen 16 Monate gebraucht, bis das alles fertig war. Und heute ist das wahrscheinlich eine Arbeit von drei, vier Tagen. Es war auch ein sehr schwieriger Dreh, nicht nur was den Zusammenhang mit, ähm, Tech, mit Wasser und Elektronik betrifft. Da wurde sehr viel tatsächlich unter Wasser gedreht. Bekam dann auch, äh, von der Crew wohl den Spitznamen dieser Film beim Dreh, äh, The Abuse. Weil, ähm, ja, Cameron hat wohl einen sehr herrscherischen Stil am Set und, äh, kommt vielleicht später nochmal dazu. Aber er mischt sich sehr viel im, äh, er arbeitet sehr viel mit in anderen Bereichen, die eigentlich nicht auf den Regieposten gehören, was Beleuchtung betrifft, Kamera und so weiter. Da macht er sehr viel. Und, ähm, man merkt es diesem Film nicht unbedingt an. Ich glaube, wenn man es im Hinterkopf hat, dann, äh, kann man sich denken, dass, warum dieser Film etwas zäh ist, etwas, ich will nicht sagen lahm, aber so ein bisschen behäbig. Aber ich finde, daraus schöpft er auch sehr viel seiner, seiner, ähm, Spannung. Und dieses ganze Menschelnde finde ich auch sehr schön, die Beziehung zwischen, zwischen Ed Harris-Figur, der dort als Leiter der Board-Plattform ist, ist übrigens die einzige Hauptrolle von Ed Harris, die ich kenne. Und, äh, seiner Ex-Frau oder seiner Frau, die sich gerade in Scheidungen befindet, äh, diese, diese Beziehung ist einerseits sehr schön und es hat auch am Ende so einen emotionalen Pay-Off, andererseits ist ja auch ein bisschen ... Und was für ein Pay-Off? Ja, ja. Also, äh, meine Erinnerung. Kann man von zwei Pay-Offs sprechen wahrscheinlich sogar. Ich meinte den, den du auch in den Letterboxd wahrscheinlich gemeint hast mit Breathtaking Moment. Ach nein, das war ein anderer Breathtaking Moment, den ich da ... Der ist tatsächlich ganz im Finale, aber ja, okay, dann war's wahrscheinlich die beiden Breathtaking Moments, äh. Ich hab zumindest mal da die Luft angehalten, oh Gott, oh Gott, schwede. Also, der Film ist nicht umsonst ab ... 16? 12. Der ist ab 12. 12. Okay. Nee, es ist keine explizite Gewalt drin. Nee, explizite ... ja, nee, aber ... also, die Szene finde ich schon ... Oh Gott, also, man sieht quasi jemanden beim Sterben zu ... Und dann hat er noch so ein paar, paar kleine Science-Fiction-Einfälle wie die ... Flüssigkeit, die man in den Anzug füllen kann und dann kann man mit dieser Flüssigkeit oder durch diese Flüssigkeit atmen. Es ist so ein Ding, was am Anfang kurz angesprochen wird und dann am Ende wird's noch mal relevant. Auch auf Zwischenmenscherebene, was so gesagt wird und ähnliches. Das wird später dann immer noch alles relevant. Deswegen, ich mag diesen Film sehr. Also, ich kannte wirklich ... Mit dem Ende bin ich schwierig, was dann alles passiert. Es wird zumindest ... Es kommt nicht komplett ... Es kommt nicht aus dem kompletten Nichts. Es wird ja schon vorher angedeutet, dass es eben so eine übernatürliche Ebene gibt. Deswegen ist man da nicht komplett aus allen Wolken gefallen. Das wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Aber es passieren zumindest Dinge, wo man sagt, was die Leute halt spaltet wahrscheinlich. Und ich finde es auch nicht ideal gelöst, weil sehr viel in diesem Film ist sehr rough und sehr geerdet und sehr nicht Science-Fiction-lastig, sondern wirklich sehr naturalistisch. Und es geht sehr viel um zwischenmenschliche Ebenen, halt in dieser, was nennt es Wort, Drucksituation. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, Michael Biehn haut dort die Performance seines Lebens raus. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, warum der danach keine großen Rollen mehr bekommen hat. Zumindest keine in den Nullerjahren und jetzt noch. Vielleicht hat er mal was angestellt, weiß ich nicht. Aber zumindest zeigt er dort, dass er ein unfassbar guter Schauspieler ist. Hier spielt er den Antagonisten, der sich wirklich die Seele aus dem Leib spielt und diesen wahnsinnig werden auf dieser Unterwasserstation. Ich finde, der macht das großartig halt. Ja, der liefert da durchaus ab. Und ... Ah, nein, nein. Ich würde es nicht spoilern, was mit ihm passiert. Aber ich finde es doch sehr interessant, was für ein zeitlicher Abstand dann noch mal geschaffen wird, bis dann tatsächlich der Film aufhört, sagen wir mal so. Weil dann geht er noch eine ganze Weile weiter. Der geht lang. Der geht über 150 Minuten, zweieinhalb Stunden so circa. Der geht hier auch wieder. Im Direct-as-Cut geht der 160 Minuten und in der Kinofassung 140. Stimmt, da habe ich auch ... Ich hatte beides zur Auswahl. Ich habe die Kinofassung geschaut und habe es dann im Gegensatz zu Aliens bereut. Weil da hätte ich ganz gerne tatsächlich noch ein paar Minuten mehr gesehen. Weil die 150 Minuten oder die 148, was hast du gesagt, ich fand, die gingen ziemlich gut rum. Klar, der ist langsam erzählt, der ist ... Aber das soll auch diese Stimmung ... Ich weiß nicht, diese Unterwasser-Stimmung, alles ist im Wasser ein bisschen langsamer. Und das spiegelt auch der Film so ein bisschen wieder. Auch die Action, die ist jetzt nicht knallauf Fall. Viel passiert dort. Geballert wird da sowieso wenig. Aber das zeigt man auch mal, und da können wir jetzt mal explizit drüber sprechen gerne, was für ein unfassbar guter Action-Inszenateur James Cameron ist. Da wirst du ausgerechnet in diesem Film darüber sprechen? Weil hier gibt es ja nicht so viel Action. Ja, schon. Aber in diesem Fall zeigt er halt, dass er es kann, auch ohne, dass viel geballert wird. Und auch ohne, dass er jetzt große CGI zur Verfügung hat. Klar, beim nächsten Film ist dann wieder alles mit drin. Aber hier wirklich mit einführungszeichen einfachsten Mitteln schafft er es, sehr viel Spannung aufzubauen in einzelnen Momenten und dann die Action-Sequenzen, die Payoffs verdammt gut aufzulösen. Also ich hatte da echt viel Spaß dran, eben weil er halt super viele Spannungsmomente hat, aber auch Action-Momente so im Einklang im Gegensatz zu Aliens. Sorry, ich muss noch mal nachtreten. Äh, ich hatte wirklich, ich hatte echt viel Spaß bei diesem Film. Ich hab's nicht erwartet. Eine Frage noch an dich. Hattet ihr bei dir auch so ein komisches Bildformat? Ähm, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, ehrlich gesagt, dass mir das Bildformat in irgendeiner Weise ausgefallen wäre. Also ist sehr lustig. Ich hab den auf DVD geschaut, die Kinofassung. Jetzt kann ich's nicht anzeigen, weil das bringt den Podcast-Hörern relativ wenig. Aber stellt euch halt einen 16 zu 9 Bildschirm vor. Und das war auch ungefähr ein 16 zu 9 Format. Allerdings hatte er oben und unten schwarze Balken und links und rechts. Ah ja, dann, das ist bei manchen, ähm, DVDs, die nicht ganz so auf diese Whitescreen-Monitore, äh, Whitescreen-Bildschirme noch nicht ausgelegt sind. Ich glaube, das hatte ich auch mal bei einer DVD von Casino, dass dann quasi das Bild ist automatisch oben und unten mit schwarzen Balken. Und damit's dann halt passt, werden vom Fernseher quasi noch links und rechts schwarze Balken. Genau, also ich hatte, ich hatte ein relativ kleines Bild. Also es war zwar größer als mein Laptop-Bild oder sowas, aber schon für, also den Fernseher hat's halt bei weitem nicht ausgefüllt. Äh, sehr kleines Bild. Was bei jedem anderen Film natürlich furchtbar ist, hier hat's gepasst. Weil, weil natürlich diese, diese, diese Inszenation von Enge und von, äh, von alles ist auf kleinstem Raum und so und unter Druck, was der Film mir darstellen will, tut natürlich ein kleines Bild sehr verstärken. Ja, okay, okay. Sehr spannend, ja. Die, die unbeabsichtigte Form dann nochmal etwas zum Inhalt beigetragen hat. Ja, ähm, also ich mag ihn auch tatsächlich und ich glaube, es ist sein, wahrscheinlich kennen wir uns Leidenschaftsprojekt, ne, wenn man so mit seiner Faszination für die Tiefsee, ähm, wenn man die mal in den Blick nimmt. Für mich auch, aber auch ein Film, der jetzt nicht ganz rund ist, weil er so ein bisschen doch, da, da ist das Gegenteil vom Terminator, da hängt für mich eher so die erste Stunde so ein bisschen. Aber danach wird's umso spannender, umso besser. Ha, auch beim ersten Stunde, ich weiß, was du meinst, aber, äh, der hatte so kleine, schöne Dinge, irgendwie, äh, auch diese Beziehung da. Klar, da ist wieder dieser kernige Spruch nach dem, also man sieht halt Ed Harris und, äh, wer, wer spielt nochmal die Frau? Lindsay Brickman? Lindsay Brickman. Ähm, sie reden miteinander, tun sich gegenseitig angehalten. Entschuldigung, die Rolle heißt Lindsay Brickman. Oh, Mann. Äh, Mary Elizabeth Mast... Oh Gott, nochmal. Mary Elizabeth Mastrantonio. Okay. Stimmt, Brickman heißt sie ja. Ja. Ähm, okay. Wo man halt die beiden sich angiften sieht und dann sagt irgendjemand... Ja, hättest du halt nicht heiraten sollen oder so, so nach dem Motto und so ein blöder Marine-Spruch wieder, wobei jetzt irgendein Arbeiter ist und... Wobei ihre Rolle sowieso, finde ich spannend, allein ihr erster Auftritt, man hat auf diesem Kommandoschiff, was quasi über der Öl-Plattform oder Bohr-Plattform, äh, treibt und womit's mit einem Kabel verbunden ist, da landet dann ein Helikopter, weil diese eben, äh, na, da kommen dann die Marines rangeflogen und dann hast du so einen Shot auf die Beine von den Leuten, die aussteigen und du hast fünf, sechs Militärhosen und auf einmal hast du ihre Beine halt. Das ist so erst mal... Sie wird erst mal wie so ein Fremdkörper inszeniert, dann kommt auch noch so ein blöder Spruch wie Hurricanes sollten alle Frauennamen bekommen, weil sich eben den Hurricanes... Ja, genau. So die typischen Marines-Sprüche kommen dann und, äh, sie wird erst mal so als, ja, ja, man denkt sich so als Zuschauer, ja, die muss später gerettet werden oder so, ne? Äh, gut, muss sie später auch. Aber, äh, trotzdem ist sie ganz klar hier, ähm, teilweise auf die 80er-Jahre gemünzt, männlicher als manch ein Kollege von ihr. Ja, vor allem ist sie auch die Figur, die quasi, ähm, diesen, diesen Kontakt mit dieser seltsamen mystischen Lebensform quasi positiv sieht und nicht so... Alle anderen springen auf und sagen, wow, Moment, und sie ist aber jemand, der nach vorne geht und quasi den Kontakt sucht, weil sie so ein, eben eine Forscher-Natur ist und, ja, nach vorne denkt. Ja, und sich halt mehr, besser auskennt mit dem Ganzen als alle anderen und auch unerschrocken ist und das ist eigentlich ihr Projekt, ja auch diese Unter-Wasser-Plattform. Also, äh, sehr, sehr coole Figur. Ja, ich find's halt schön, dass dieses Marine-Gespräch oder dieses, äh, Locker-Room-Talk-Scheiß, äh, dass der immer weiter aufgeweicht wird, so länger dieser Film geht. Also eigentlich sprechen dann nur noch die Antagonisten so oder die, die halt als Volltrottel dargestellt werden sollen. Aber anderen fahren irgendwann den Sprüche-Counter deutlich zurück. Gut, ganz beim Finale macht das dann nochmal Ed Harris, aber der ist wirklich in einer absoluten Scheiß-Situation. Da, da, und das ist auch sein Charakter, muss man auch dazu sagen. Also, dass er halt noch so einen Spruch klopft, wenn er auch in Lebensgefahr ist, das, das ist halt... Und auch so eine schöne Szene, nachdem sie sich streiten, und er trägt ja noch seinen Ehering, äh, nachdem sie sich streiten, wirft er den ins Klo, geht raus, kommt direkt nochmal rein und greift dann einfach in diese eklige blaue Brühe rein, um diesen Ehering nochmal zu holen. Und das ist so eine schöne, effektive Szene, um einfach sehr, sehr deutlich zu machen, wie sehr er noch an ihr hängt. Ja, ja. Aber ich gebe dir die Punkte, er wirkt so ein bisschen unruhend, er wird so ein bisschen hakelig, gerade am Anfang, und das Ende ist komplett viel gespalten, wahrscheinlich bei allen. Aber trotzdem mochte ich, wie gesagt, diesen Film sehr gerne, durch seine, durch seine Themen und durch seine, seine Optik auch, durch seine technische Revolution, also, ja, ich kann ihn eigentlich nur empfehlen. Und, wie gesagt, durch eine Szene, durch die breathtaking Moments, zumindest bei mir, ja, wo ihnen das Wasser bis zum Hals steht, im wahrsten Sinne des Wortes wieder. Das war, wie ich finde, eine der stärksten Cameron-Szenen überhaupt. Also, da hatte ich wirklich auch so mal kurz ein Schlucken im Hals. Wird ein bisschen blöd aufgelöst. Von einer der stärksten Cameron-Szenen zum besten Cameron-Film, Fragezeichen. Wir springen noch mal zwei Jahre in die Zukunft, seit dem Jahr 1991, und bei der ersten Fortsetzung seines eigenen Films, seines eigenen Franchise-Films, Terminator 2, Tag der Abrechnung. Wer hat dich geschickt? Du warst es. Und der Junge, Wenn du leben willst, komm mit mir. Ein Film, der landläufig als bester oder einer der besten Actionfilme aller Zeiten bezeichnet wird, der auch hier technisch revolutionär war, was Morphing anbetrifft. Denn wir setzen einige Jahre nach Terminator 1 an. Sarah Connor hat inzwischen ihren Sohn bekommen. John Connor, der aber in einer Adoptivfamilie lebt, während sie im Rückgriff auf letzte Folge in einer Irrenanstalt sitzt. Und erneut werden zwei Gestalten aus der Zukunft zurückgeschickt. Ein Terminator gespielt von Arnold Schwarzenegger und ein weiterentwickelter Terminator gespielt von Robert Patrick. Arnold Schwarzeneggers Figur entpuppt sich aber, und das war damals sicherlich für viele eine wunderbare Überraschung. Und wie ich finde, heute immer noch ein super cleverer Twist ist umprogrammiert worden und soll Sarah und John Connor beschützen vor diesem neuen, noch übermächtigeren Terminator, der aus Flüssigmetall besteht. Für mich tatsächlich, ich sag's euch vorab, Camerons bester Film. Hab ihn jetzt mindestens schon vier, fünf Mal geguckt. Jetzt noch ein weiteres Mal. Und ich finde, der hat so einen wunderbaren Fluss aus Action, aus Charaktermomenten, aus Spannung. Der Film, bei dem Camerons das erste Mal auch deutlich mehr Humor einstreut, in so One-Linern, die wirklich ikonisch geworden sind. Und die aber wunderbar für mich passen, eben weil es so sehr menschelt. und ein Film, der ja eigentlich fast schon das Wunder verbringt, eine Kinderfigur aufzubauen, die nicht nervt, sondern die ich wirklich mochte. Und das rechne ich diesem Film, allein schon das rechne ich diesem Film sehr hoch an. Ich bin ein bisschen zwiegespalten zu diesem Film. Eigentlich mag ich ihn und gib dir da mit allem recht, was du sagst und auch noch sagen wirst. Nehme ich einfach mal vorweg, keine Ahnung. Vielleicht hast du auch noch einen Hot Take für mich. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute den sehr, sehr gut finden und auch so als eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten deklarieren. Er macht eigentlich auf dem Papier alles besser als Teil 1. Er bringt Emotionen mit rein, er bringt einen ticken Humor mit rein. Er macht ihn größer, er macht ihn weiter. Aber das sind gut. Also er dreht die Rollenform um, er überrascht. Er macht die Actionsequenzen auf Ultimum quasi, also für diese damalige Zeit. Aber auch heute noch sind die Action-Szenen, die Verfolgungsjagden zum Beispiel, immer noch unfassbar gut anzusehen, muss man so sagen. Ja, diese Fahrt durch den Kanal oder die Ballerei in dem Labor. Und ach, das ist einfach, das ist herrlich. Ich habe dir beide direkt hintereinander geschaut. Und natürlich macht dann der Anfang am meisten Spaß. Wenn du siehst, wenn du quasi von einer Stunde hast oder fast zwei Stunden hattest du genau dasselbe gesehen. Nur jetzt ein paar Jahre später eine ein bisschen bessere Technik. Aber du siehst quasi genau dasselbe wie der Nacken Arnold Schwarzenegger und seinen Gegenspieler. Und wie sie sich halt erstmal durchkämpfen und dann zur Zielperson quasi durchstoßen und diesmal halt in einer Mall aufeinandertreffen und sich gegenseitig abballern. Und dann hast du halt den Twist, den ich natürlich auch schon kannte. Das kannst du halt nicht nachproduzieren, weil es halt Popkultur ist. Und das mochte ich auch alles sehr, sehr gerne. Ich mochte auch den Jungen, der spielt das super gut. Auch wenn es halt ein nerviges 80er, 90er-Kiddy ist, was halt dem Terminator dann irgendwelche coolen Sprüche beibringen will. Ich habe gleich noch den Fehler gemacht. Habe ich noch deutsch oder wenig gesehen? Muss ich gerade überlegen. Nee, ich habe noch wenig gesehen. Na, immerhin. Und was ich aber noch viel, viel besser finde, ist, was sie mit der Figur von Linda Hamilton gemacht haben, mit Sarah Connor. Das rechne ich dem Film wirklich hoch an, dass er das logisch weiterspinnert. Und was wird einer Mutter oder zu der Zeitpunkt quasi noch keiner, aber was passiert mit deiner Frau, wenn du ihr sagst, die gesamte Menschheit ist eigentlich auf den Rücken deines Sohnes aufgebaut. Und ja, no pressure. Also kommt schon damit klar. Nee, sie kommt halt nicht damit klar, sondern sie zerbricht daran. Sie versucht ihren Sohn irgendwie reinzupläuen, dass er halt die einzige Rettung der Menschheit ist. Und sie wird halt auch so ein bisschen insane und todistütig. Ja, sie wird ja nicht wirklich insane. Sie wird einfach, und das ist wirklich ganz entscheidend. Nein, sie wird nicht ernst genommen. Okay, sie wird natürlich versessen, aber nur, weil sie niemand ernst nimmt. Ich meine, sie wird ja ständig verhört und dann sagen ja, attestieren ja, sie seien wahnsinnig, weil ihr eben keiner glaubt. Das ist ja eher so der Punkt, dass sie sich darin steigert, auch hier wieder die völlig von der Gesellschaft, von der Institution unterschätzte Frau, die auch noch missbraucht wird, also körperliche Gewalt bekommt in dieser Anstalt von einem der Pfleger und die sich dann aus diesem Knecht, aus dieser Knechtschaft, aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Unterdrückung befreit, um eben zur Tat zu schreiten. Und das ist so die ikonische Frauenfigur bei James Cameron. Aber tatsächlich auch hier ... Darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich gebe dir absolut recht, ja. Aber ich glaube, der Film hat auch so ein paar Andeutungen, dass es auch bevor sie dort in das Aeron-Haus, wo sie dort gelandet ist, nicht die beste Mutter war. Sondern dass sie auch dem Kind da schon ordentlich Druck gemacht hat und quasi gesagt hat, hier, du musst das jetzt lernen und du musst das ganze Technikwissen haben und sowas, weil er kann ja schon Dinge irgendwie, die kein normales Kind kann. Und da schon quasi ordentlich Druck ausgeübt hat und dort dann schon halt ... Ja, sie hat halt den Gedanken daran, dass sie jetzt unbedingt ihrem Sohn alles beibringen muss und selber irgendwie auch so tatschreiten muss, weil sie landet ja erst dort, weil sie irgendwas in die Luft jagen will. Also sie hat auch schon vorher mit diesem Druck unfassbar psychisch zu kämpfen, was natürlich durch dieses Irrenhaus noch mal verstärkt wird. Ich sehe deinen Punkt, weil das spielt doch so schön rein in das, was ich gesehen habe, nämlich dass sie immer mehr ihre Menschlichkeit verliert, immer rücksichtsloser wird und zur Killermaschine wird, während die eigentliche Killermaschine, gespielt von Arnold Schwarzenegger, immer, immer menschlicher wird im Laufe dieses Films. Sie will ja dann auch den Wissenschaftler töten, der mutmaßlich für die Erfindung von Skynet verantwortlich ist, eben weil er die Überreste des ersten Terminators gefunden hat. Da hat der Film auch noch mal weitergedacht. So die Technik aus der Zukunft ist jetzt in der Vergangenheit und dadurch wird sie noch weiterentwickelter, diese Zukunftsversion und die Technologie, die da von Skynet entwickelt wird. Seine Figur finde ich ja auch interessant, weil er ist nicht der typische Mad Scientist, der wahnsinnige Wissenschaftler, der irgendwie riesig große Pläne hat, sondern er hat ja wirklich gute Pläne für die Menschheit und er will ja, ich glaube, es geht darum, dass er Drohnen entwickeln will, anstatt, also selbst fliegende Flugzeuge, anstatt von, dass da ein Pilot rein muss und so. Und auch da wieder dieses Motiv, Technik ist nur so gut, wie das, für was sie benutzt wird und von wem sie benutzt wird. Und ja, im Falle von Skynet, das macht sich dann selbstständig, das war ein dummer Fehler. Aber da finde ich einfach dieses ganze Verhältnis zwischen den Figuren, wie sie gebaut sind, wie sie aufgebaut werden, finde ich super. Und aber auch so in diesem Zwieschalt zwischen wissenschaftspositiv und wissenschaftskritisch oder forschungskritisch. Ich sehe es absolut. Und der Film liegt wahrscheinlich auch daran, dass Terminator 1 halt auch von James Cameron stammt, dass er seine eigenen Ideen logisch weiterentwickeln konnte. Und das, was dort passiert, ist halt einfach nur sehr logisches Weiterdenken und einfach nur super Ideen, die er dort hat und diesen Film reinbringt. Aber um ein bisschen Kritik zu üben, weil ganz kritiklos kommt der mir nicht weg. Jetzt arbeite ich nicht an den Special Effects ab, bitte. Ja, du, also, ja, ich muss es leider sagen. Also, ja, damals revolutionär, heute ist halt CGI, das gealtert ist, ne. Es ist, boah. Ja, aber. Da wird halt schon ein sehr großer Fokus drauf gelegt und mal ein paar Minuten auf irgendein Geschwappel da drauf gehalten, was mich relativ wenig interessiert hat. Also, ja. Und ich bin halt kein 80er, mittlerweile sind wir in den 90ern, aber die Action ist fuck cool anzusehen. Wird allerdings sehr inflationär am Ende des Gegenüber, also, nach der, nachdem sie, ähm, in Mexiko dort waren, was ich auch ziemlich unnötige Szenen finde, aber okay. Dann, äh, quasi in dieses Wissenschaftlerhaus ausbrechen, da nochmal eine gute Szene haben und dann ist ja der Rest des Films eigentlich nur noch, äh, Action. Und, ähm, joa. Für 10, 15, 20 Minuten kann ich Action-Sequenzen schauen, ohne dass mir langweilig wird. Irgendwann ist halt so, kommt mal auf den Punkt. Ja, nochmal geballert. Ja, der Terminator ist immer noch nicht tot. Ja, macht nochmal jenes. Dann das Finale in dieser Stahlwerk, das dort einfach rumsteht. Ähm. Das da einfach rumsteht. Ja, der Autobahn hat das Stahlwerk. Stahlwerk, what the hell. Ja, es ist halt auch wieder, es ist auch wieder eine Spiegelung des ersten Tats mit einem, äh, mit einem Finale in einer, in einer Fabrik. Ja, ich weiß. Und am Ende dieses, dieser Daumen hoch dann auch noch, das war dann der Funk, ich weiß, das ist eine ikonische Szene, aber am Ende war er mit seiner Mischung aus Humorelementen und Tragik und so, dann, dann wurde es mir ein bisschen too much. Das tut mir leid. Und eine Eigenheit, eine, eine, wie sagt man das, ein, ein Laster von James Cameron, was in diesem Film auch wieder auftritt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, weil es mir, in Aliens ist es mir noch aufgefallen, aber hier nochmal mehr. VoiceOver. Dieser Film hat VoiceOver und zwar unnötige VoiceOver, die einfach nur zwei Szenen miteinander verbinden sollen, weil sie von A nach B fahren und da muss halt Linda Hamilton irgendwie drüber sprechen, weil man kann ja nicht mal Szenen ohne so stehen lassen, dass mal keiner labert oder keiner ballert. Moment, das Erste, die eine, an die ich mich erinnere, ist da in Mexiko, wo sie darüber philosophiert, dass dieser Terminator der viel bessere Vater ist für John Connor und die andere Szene? Ganz am Anfang. Also der Anfang ist ein VoiceOver von Linda Hamilton. Ah ja, okay. Wo sie den ersten Teil nochmal so ein bisschen erzählen. Ja, jetzt kann man sich drüber streiten, ist ein VoiceOver besser als eine Texttafel? Auf jeden Fall. Es gibt wahrscheinlich, ich habe so eine kleine Abneigung gegen VoiceOver in letzter Zeit entwickelt, weil auch ziemlich viele Filme mit VoiceOver irgendwie rausgekommen sind. Naja, der hat noch zwei, drei andere Momente zumindest, mit VoiceOver von Linda Hamilton und hat mir nicht so gefallen. Er ging mir dann am Ende zu lang und am Ende muss ich dann sagen, dass es ein super Film ist, der den ersten Teil super weiterentwickelt hat. Aber leider hat es mich nicht so gekickt, wie viele andere da draußen auch. Sehr guter unterhaltsamer Film, sehr guter James Cameron Film, aber es hat mich nicht so gekitzelt. Das ist schade. Bei dir aber auch okay. Du hältst ihn für den besten Cameron. Wie gesagt, es ist mein Lieblings-Cameron-Film einfach, weil, ja, also er ist für mich einfach super komplett rund und ich hatte auch jetzt dieses Mal sehr, sehr, sehr viel bis extrem viel Spaß beim Anschauen. Ich weiß, es sind auch so Kleinigkeiten, die ich dem Film positiv anrechne. Zum Beispiel dieser eine Kampf dann noch in der Maschinenfabrik direkt zwischen den beiden Terminatoren. Ich habe so das Gefühl, bei einem heutigen Film würden dann auch irgendwelche dummen Sprüche zwischen denen ausgetauscht werden, aber wenn einfach diese beiden Maschinen kämpfen, ist es einfach komplett still zwischen denen. Die sagen kein Wort. Warum sollten sie auch? Alleine sowas rechne ich dem Film. Ja, warum sollten sie auch? Und genau das rechne ich dem Film halt auch, also solche Kleinigkeiten rechne ich ihm hoch an. Heute, heute kannst du den Film nicht mehr so machen. Heute wäre der voller dummer Gags und voller, also, schwierig. Ja, und ich finde gerade da findet er den richtigen Tonfall zwischen Ernst und so netten menschlichen Humorelementen. Und ja, auch bei den Special Effects, okay, dieses Flüssigmetall, da kann ich noch so ein bisschen dem Film Benefit of the Doubt geben und kann so ein bisschen drüber weglegen, das ist halt irgendwie einfach eine Masse und die drei, vier Momente, in denen das nicht mehr so geil aussieht, geschenkt. Aber es gibt ja auch noch diverse Practical Effects. Und wir brauchen gar nicht von den ganzen Explosionen reden und von dieser Verfolgungsjagd da durch den Kanal mit allem, was kaputt geht. Am stärksten finde ich ja die Szene, die Operationsszene da auch wieder, wo ein sehr cleverer Trick eingesetzt wurde. Weißt du, wie die entstanden ist? Nee. Er wird vor dem Spiegel operiert und die Kamera blickt auf den Spiegel und es ist aber kein Spiegel. Das im Vordergrund, der Arnie ist eine Puppe, Linda Hamilton steht daneben und im Hintergrund hinter dem Spiegel sitzt Arnie und wird operiert von Linda Hamiltons Schwester oder ihrer Zwillingsschwester sogar. Das heißt, sie haben extra ihre Schwester herangekarrt, damit da eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen beiden. Und ja, das macht für mich die Mischung einfach aus. Absolut. Practical Effects im Zusammenspiel mit CGI sieht ja immer, meistens zumindest, sehr gut aus und hat seinen gewissen Charme. Auch der hat wieder sehr viel Charme. Und ich fühlte mich ja auch gut unterhalten. So ist es ja nicht. Ich habe halt bloß nicht so den, das ist einer der besten Actionfilme und einer der größten Filme aller Zeiten sowieso. Ich glaube, der ist auch in den Top 50 von IMDb drin. Das sehe ich halt nicht so ganz. Aber ist ja auch nicht so ganz mein Joche. Wird spannend, bis wir zur großen Actionfilm-Folge bei uns mal kommen. Gut, wir haben noch drei Filme vor uns, bevor es zu Avatar 2 geht. Aber die, würde ich sagen, schieben wir in die nächste Folge, oder? Hätte ich auch gesagt, ja. Dann machen wir jetzt an dieser Stelle einen Cut. Wir füllen nochmal unsere Kaffeebecher auf. Marius, wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Aufnahme und ihr da draußen, wir hören uns nächste Woche. Folgt uns gerne bei Twitter auf kinotagesstätte.com. Hinterlasst uns dort Kommentare, Likes, was auch immer. Eure Meinung gerne zu dem, was wir hier gesprochen haben. Und dann vielleicht in der nächsten Folge dann eure, euren liebsten James Cameron-Film. Vielleicht kommt er erst in der nächsten Folge. Ja, freut sich drauf. Nächste Woche James Cameron-Ranking, Avatar 2, ganz viel großartiger Spaß. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.